Alix Küptel, hier ist das Miraculous des Hundes, das dir die Kraft verleiht, alles zurückzuholen, was dein Ball berührt. Das Hunde-Miraculous? Waren nicht Zeitreisen, mein Ding? Monarch hat das Hasen-Miraculous gestohlen. Wir brauchen dich, um es zurückzuholen. Wieso ist Ketnoir ein Hase? Ähm, es ist kompliziert. Hi! Wenn wir das Miraculous der Zeit wiedergewonnen haben, gibst du es mir nicht zurück. Du musst es behalten und beschützen, bis Monarch besiegt wurde. Behalten? Das bedeutet, du wirst nicht sofort zu dieser Zeit zurückkehren können. Du wusstest es. Aber wie? Weil du es mir gesagt hast, Alix. Du hast mir aus allen Epochen geschrieben, damit ich mir keine Sorgen mache. Du hattest recht, Papa. Es ist cool, das zu tun, was wir lieben. Und zu lieben, was wir tun. Ladybug und Ketnoir sind die Besten. Ich bin bald zurück, Papa. Du musst nur sorgen. Bark, verwandle mich. Bark, verwandle mich. Can I go? Bereit! Bis ganz bald, mein Schatz. Mach dir keine Sorgen. Meine Superkraft wird alles reparieren. Also, als erstes musst du mit deinem Ball das Hasen Miraculous berühren, das Monarch gestohlen hat. Ich schätze, ohne dass er etwas mitbekommt? Mhm. Mission erfolgreich beendet. ICHOCH 6 ICHOCH 6